Ach, starte ich sogar hier im Dingsgebiet, na toll. Wo ist denn der Helikopter? Äh, wo ist der Helikopter? Helikopter, da hinten ist der Helikopter, halt. Nimmst du mal das Scharfschützengewehr bitte? Wow. Alter, das Zielen hier, ne? Das ist ne Katastrophe. Ey, wie soll man denn hier zielen, alter? Jetzt ist er tot, so. Ich glaub, der Helikopter, wow. Das Problem ist, jetzt schießen die hier auf mich. Ich geh mal ganz kurz weg. Ein Stückchen, wow, aua. Ich verstecke mich mal hinter diesem wunderschönen Wohnmobil hier. Äh, das Problem ist, ich seh so die Karten nicht. Das heißt, ich seh auch nicht, wo die sind. Das ist natürlich doof. Okay, komm ich hier wieder irgendwie hoch? Wie bin ich denn beim letzten Mal? Ich nehme mal diese Waffe, vielleicht. Ich dürfte hier eigentlich niemanden treffen. Ich wüsste nicht, wo die jetzt schießen könnten, um mich hier zu treffen. Was soll die sind die denn? Ich zieh die gar nicht. Da ist einer, halt. Da ist einer, wow. Ich glaub, der ist tot, okay. Dann geh ich mal hier ganz kurz. Da ist einer, halt. Wow, alter, wow. Ach du Scheiße. Ich renne, ich rette. Okay, so nicht. Ach, wie soll denn das gehen, Leute? Ich versteh's nicht. Also, ich starte ja schon hier drinnen, also werde ich wohl auch... So, warte. So, nein. Der hier. Vielleicht. Jetzt ist hier niemand. Doch, da sind welche. Okay, da war einer und dann kann ich vielleicht mal gucken, ob ich nicht den anderen eliminieren kann. Ich glaub, der hat sogar gespeichert, dass ich den einen da ausgeschaltet hab. Ich glaub, das mit dem Kopfschuss wird irgendwie nichts anders sein. Also, das... Das kann doch nicht sein. Wie sind die denn bitte gepanzert? What the fuck? Ich möchte jetzt mal gucken, wo ist denn der Helikopter hin? Da drüben, warte. Da, da, irgendwo da. Ach du Scheiße. Wow, der steht ja direkt neben mir. Toll. Ach, das ist doch blöd. Das sind zu viele. Das ist echt ein bisschen doof. Es sind zu viele. Vielleicht probier ich es von der anderen Seite. Ich weiß es nicht. Was sagt die Kade? Die Kade sagt, der Typ ist da hinten. Ich probier es jetzt einfach mal hier lang. Warte. Na toll. Ähm. Ja, na wunderbar. Wow. Tot. Diesen Typen. So. Das klappt ja echt wunderbar. Da im Helikopter. Was? Alter, wie sieht der mich? Durch den Baum durch. Natürlich. Warum denn nicht? Ist doch klar. Ist ja logisch. Durch den Baum durch sieht er mich. Finde ich ja logisch. Ach, das ist doch blöd, ey. Ganz ehrlich. Er hat sich diese Mission ausgedacht. Ich weiß nicht, wie ich die machen soll hier. Ich meine, gut, da ist einer. Da war einer. Das Problem ist nur, hier sind auch sehr viele. Und jetzt werde ich mich mal ganz kurz um den Helikopter erstmal kümmern. Wo ist denn der hin? Ich sehe ihn gar nicht. Er muss doch hier irgendwo. Da, direkt vor mir soll er sein. Hä? Ich sehe ihn nicht. Da soll er sein. Da oben. Da ist er. Oh. Ich habe ihn rausgeschossen. Alter, wie viel hält der bitte aus? Das gibt es ja gar nicht. Wow. Aua. Scheiße. Problem ist, hier sind so viele, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Wow. Na, jetzt. Da, jetzt versteckt er sich hinter dem Zaun. Feige Sau. Wo ist er hin? Okay, der ist tot. Ich renne mal hier hin. Ich bin hier nicht wirklich sicher. Ich gehe mal hinter dieses Auto. Da kann ich sogar einsteigen. Hey. Das ist eine gute Idee. Dann kann ich die einfach totfahren. Huch. Wie sonst auch immer. Jetzt möchte ich gerne so rum. Nein. Wow. Alter. Okay, der da oben ist ein bisschen ungünstig zum totfahren. Aber hier kann ich einfach... Glück, guck mal. Huch. Na toll. Das ist, äh, blöd. Warte. Boah. Jetzt kommt er da nicht weiter. Der versucht mit dem Wagen zu fliehen. Ja. Egal. Das ist auf jeden Fall besser als vorher, finde ich. Muss ich sagen. Jetzt komme ich hier aber nicht weiter. Alter, Katastrophe. Ihr Verkehrschaos. Meine Maus ist schon wieder am anderen Ende des Tisches irgendwie. Kennt ihr das, wenn man sich immer in eine Richtung dreht und irgendwann ist die Maus dann am Arsch der Bild? Sie könnten Hilfe brauchen. Komm hin! Äh, wo ist der langgefahren? Hier übers Wasser? Was? Das ist aber nicht gut fürs Auto. Durch Wasser fahren ist sehr schlecht für den Motor, weil der dann Wasser ansaugt. Und dann geht er kaputt. Weil, naja, der will eigentlich das, der saugt dann halt Wasser an, statt Luft und will das dann verdichten. Und mit Luft geht das, aber mit Wasser wird es schwer. Folglich, Motor kaputt und, äh, es wird teuer. Naja. Deswegen, Vorsicht vor tiefen Pfützen. Hat mir erst letztens jemand erzählt, dass es ihm oder ihr passiert ist in dem Fall. Äh, und das war einfach nur eine Pfütze, wo andere Autos einfach durchgefahren sind und dann weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wow. Jetzt komme ich hier nicht weg. Scheiße. Hilfe. Wow. Nein. Weg, 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 weg. Alter. Wie viel sind denn hier bitte? Nein, so rum. Nein, so rum. Wow. Wow. Zwie Personen. Ich komme hier nicht. Da mit der Steuerung. Mann. Kann doch nicht sein. Nur jetzt aber. Zwie Personen entkommt man wunderbar. Ich hatte doch fast. Mann. Kann doch nicht sein. So ein Mist. Ich sehe sie doch auf der Karte. Wieso entkommt die denn? Mann. Wie blöd. Äh. Okay, ich probiere es mal. Musst ihr eigentlich? Muscle Cars sind äußerst robust. Das ist sehr schön. Schrecken sie nicht vor Rempelein zurück, wenn sie in einem solchen Fahrzeug sitzen. Finde ich ja toll. Ich möchte aber gerne hier weiterkommen, bitte. Das wäre sehr schön. Ich nehme mal dieses Auto hier. Oh, ein Muskel. Muscle Cars, siehst du, ist es ja... Wie gerufen kommt mir das praktisch. Hier sind sogar Stoppschilder. Mitten in diesem Campingpark-Dings. Warte, nicht so schnell. Dann kann ich den einfach umfahren. Halt, naja, jetzt einfach überfahren. Ich muss ihn hacken. Okay. Ich muss ihn natürlich aussteigen, um ihn zu hacken, oder was? Oh, nein, ich muss ihn einsteigen. Oh, um ihn zu hacken. Und jetzt einsteigen und weg. Da, weg, 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 weg. Weg. Doch, Mann. Steuerung. Weg, 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 Steuerung. Tod. Nein, jetzt so rum. Nein, so. Ach. Alter. Ey, ich komme nicht klar mit dem Rückwärtsfahren. Ich weiß nicht, warum. Ich lenke dann immer in die falsche Richtung aus irgendeinem Grund. Warum eigentlich? Das verstehe ich nicht. Guck mal, jetzt steht hier wieder ein anderes Auto. Das war auch ein Muscle-Car. Huch, geh da mal rüber. Okay, nächster Versuch. Aber die Autos fahren sich auch total scheiße. Das muss ich ja auch zugeben. Hier sind sogar noch die Reifenschwurm vom letzten Mal. Was total sinnvoll ist, weil, naja. Boah, jetzt kommt er da. Er kann alles umfahren, nur die Couchen. Das ist unfassbar. So eine blöde Couch ist natürlich zu schwer. Wobei, so eine Couch wiegt jetzt auch nicht wirklich wenig. Aber trotzdem. So, was ist denn da so rot? Das ist die Sonne oder was? Und sowas. Wow. Alter. Was? So, jetzt komme ich nicht ganz so durcheinander. Wow. Hilfe. Ich will weg. Ich will weg. Ich will weg. So, durchs Wasser fahren. Nicht gut fürs Auto, ne. Aber egal. Wow. 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 So, hier. Wow. Alter. Ey, diese Steuerung, ne. Also, ich will ja nicht sagen. Aber es ist manchmal echt schwierig, so ein Auto zu steuern. Huf. Wart der schon? Muss er jetzt anhalten? Ne. Ach, der fährt jetzt weiter. Ach so, na dann. Ich dachte, er wird jetzt anhalten. Also, hat er ja auch. Aber er fährt weiter, leider. So, jetzt lass mich doch mal hier bitte weg. Und mich verfolgen. Dieses Auto schwimmt, als wäre es. Okay, es ist regnerisch. Aber trotzdem. Ist doch blöd zu steuern, dieses Auto. Wow. Wow. Was? Oh, so ein Minibus. Ey, wirklich. Oh. Weißt du, ein Zaun kann er umfahren. Aber wenn da ein Baum steht, der irgendwie zwei Zentimeter dick ist, dann hält er natürlich daran an. Und kommt da nicht dran vorbei. So, wie soll ich den jetzt ausschalten? Mann. Ich weiß es nicht. Mit den Ampeln ja auch nicht. Das klappt ja sonst immer, aber hier natürlich nicht. Jetzt geht er zu langsam. Das gibt es doch gar nicht. Neutralisieren, das ist gut. Aber es hat irgendwie nicht ihn neutralisiert, sondern wen anders scheinbar. Oh, das hat sich jetzt auch nicht wirklich viel... Wow, was war das denn? Da kommt er auch nicht dran vorbei, natürlich. Kennen wir ja. Doch. Mann. Lass mich doch mal hier... So, jetzt reicht's mir. Der kommt sonst nicht voran, irgendwie. Wow, hier muss ich lang. Halt. Zielpersonen kommen. Ja, ja, ich fahr ja schon schneller. Ist ja gut. Wo fährt er denn lang? Ach, der fällt wieder zurück. Und sowas. Na dann, dann kommt er doch nicht. Oh, wo fährt er jetzt lang? Hallo? Hilfe. Wow, ich will hier lang. Ich sehe nicht durch. Weil es sind überall Minibäume natürlich im Weg, so ein Scheiß. Ach, boah. Mann. Alter. Ist ja gut. Ich will doch nur den Typen ausschalten. Zielpersonen kommt. Ja, toll. Der muss ja eh wieder zurückfahren, weil er Sackgasse ist. Hat er toll eingefädelt. Echt. Was macht er da? Warum fährt er hier hin? Ist doch Sackgasse. Das muss er doch wissen, oder nicht? Wo? 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 Wo will er denn hin? Verdammt. Ich will jetzt hier erstmal weg. Oh, ich komme hier auch... Ey, dieses Auto, es steuert sich so... Scheiße, das gibt's gar nicht. Ich meine, das ist auch schon halb kaputt, aber trotzdem. Alter. Schau dir das mal an, wie das hier schlittert, als wäre es... Weiß ich nicht. Das Problem ist nur, der will irgendwie nicht anhalten hier. Meine Fresse. Halt doch mal an. Das gibt's doch gar nicht. Mann. Okay, ich komme hier aus dem Wagen nicht mehr raus und er will auch nicht weiterfahren. Das ist natürlich ungünstig. Ich hätte gerne ein Auto. Hier, das zum Beispiel ist doch... Das ist besser als gar nichts. Hier, steigt doch mal bitte ein. So. Das Problem ist, jetzt entkommt der gleich. Nee, doch nicht. Noch geht's. Okay. Jetzt entkommt er doch und dann doch wieder nicht. Also ich frage mich nicht, warum. So, wir haben ihn. Wir haben ihn gleich, glaube ich. Na, komm schon. Da sind Poller. Da muss doch... Komm hin! Das sind gar keine Poller. Das ist einfach nur... Helikopter ausschalten. Ich weiß bloß nicht, wo er jetzt hinfliegt. Der Helikopter. Also wahrscheinlich runter, aber wo kommt er jetzt runter? Offensichtlich nicht da, wo ich's brauche. Oh. Ich müsste einmal umdrehen, glaube ich. Huch. Ach, Mann. Das gibt's doch gar nicht. Er muss doch mal irgendwann anhalten. Wie soll ich den denn so ausscheiden, wenn er dauernd nur fährt? Kann er auch während der Fahrt nicht schießen. Das geht ja nicht. Wie die anderen das können. Scheinbar. Kein Sichtkontakt vom Verdächtigen. Wir suchen uns eine bessere Position. Huch. Mann. Haben ihn von der Straße. Hat er grad Verdächtiger gesagt? Na gut, das ist halt ein Regierungsmitarbeiter. Dann passt das schon. Ähm. Wobei, ne. Das ist eigentlich eine private Sicherheitsfirma, ne? Ne. Bloom ist doch privat. Na egal. So, ich muss den doch mal... Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ey, ganz ehrlich. What the fuck? Wie lange will er denn bitte noch fahren? Da brennt doch schon das Auto halt. Muss doch bald mal kaputt sein. Na endlich. So, Fahrzeug neutralisiert. Jetzt muss ich entkommen. Okay. Okay, ich muss entkommen. Gut. Ich fahr einfach. Tschüss. Ich weiß, muss nicht wo lang. Ähm. Warte. Hier lang, glaub ich. Wow. Jetzt fahr doch mal... Alter, der kommt um die Kurve nicht rum. So, oder ich hab nicht richtig gelenkt. Ich weiß es nicht. So, ich möchte hier weg. Ich möchte weg. Wow. Wow. Muss ich jetzt wieder ans andere Ende der Welt fahren? Ich glaub, ich fahr sogar falsch, oder? Ne. Ich stehe nicht durch. Ich weiß nicht, wo die Helikopter ausschalten. Ach, das macht die nur kurzzeitig. Stimmt ja. Ja, natürlich. Nur kurzzeitig. Ich erinnere mich. Wo bin ich denn jetzt? Vor allem, wo möchte ich hin? Äh. Ich möchte... Okay, einfach geradeaus. Gut. Gut. Einfach geradeaus. Alter. Lass mich doch mal... Das gibt's doch gar nicht. Ich möchte vielleicht auch ein Boot nehmen. Dann kann ich einfach entkommen. Wäre vielleicht sinnvoller. Wow. Als das hier. Ach, das zählt als Fahrzeugneutralisierung. Ja. Auch schön. Gab Erfahrung. Immerhin. Ist ja auch schon mal was. Kann ich hier nicht irgendwo an den See oder so? Ich weiß ja nicht. Wow. Halt. Komm ich hier runter? Komm ich hier runter? Ich weiß es nicht. Huch. Was ist das denn? Keine Ahnung. Ich werde mal... Wow, wow. Nicht gut. Nicht gut. Wow. Ach, das tut nicht weh. Okay, na dann. Ich werde mir mal so ein Boot schnappen. Hier ist natürlich gerade keins. Da ist ein Boot. Aber die halten leider alle nicht an. Das ist doof. Ich kann interessanterweise nebenher laufen. Alter, wie schnell kann der bitte rennen? Guck dir das mal an. Das ist doch lächerlich. Also wirklich. Wo bin ich denn jetzt hier? Und wo ist denn... Da ist ein Boot. Halten die eigentlich an, wenn man denen zu nahe kommt? Ja, die halten an, wie man sieht. Doch, die halten wirklich an. Nein. Hallo? Haut da einfach ab. Das gibt es doch nicht. Der Arsch. Na warte du. Jetzt aber hier. Du musst jetzt anhalten. Ich will da jetzt rauf. Hallo, Klettan. Mist. Nächster. Nächster bitte. Hallo, Nächster. Jetzt kommen die hier nicht. Das gibt es doch gar nicht. Wer schießt denn jetzt auch nicht? Ach, da vorne. Okay. Das Problem ist, der Helikopter ist natürlich immer noch da. Ich kriege jetzt hier leider auch kein Boot. Das muss doch irgendwie möglich sein, hier ein Boot zu bekommen. Da vorne ist eins. Ganz ruhig, wir sind ja da. Wer sagt denn das? Da, komm schon. Da vorne ist ein Boot. Das Problem ist nur... ...dass halt der Helikopter noch da ist und mich dann sieht. Was natürlich irgendwie ungünstig ist. Warte. Ich möchte dieses Boot erstmal nehmen. Hier ist noch eins, aber die halten leider alle nicht an für mich. Anders als die Autos. Beziehungsweise die halten schon an, aber man muss dann hinter denen sein, damit man raufkommt und dann fahren sie wieder los. Dann nehme ich halt dieses Boot. So ein bisschen Ausdauer trainiert durch Schwimmen und so, weißt du? Ist auch schön. Hilft aber jetzt nicht wirklich weiter. Ich nehme mal dieses Boot. So, warte, warte, warte. Hier. Genau. Und jetzt fahr, 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 fahr. Und zwar, wo lang? Da hinten, glaube ich. Das Problem ist immer noch der Helikopter. Kann ich den nicht irgendwie... Ne, ich sehe den von hier aus leider auch gar nicht. So wirklich. Huch, alter Mann. Ich kann doch nicht Boot fahren. Ich kann nicht steuern hier richtig. Offensichtlich. Warte, hier kann ich lang. Hier ist die Baustelle. Komme ich hier nicht lang? Doch. Hier müsste ich eigentlich irgendwie... Halt, warte, warte, warte. Ah, so rum. Nein, andersrum. So rum. Halt. So rum. Und jetzt da dran vorbei. Genau. Wow. Hier, hier dran vorbei. Bitte. Alter. Ah, diese Steuerung. Es ist eine Katastrophe. Ich weiß nicht, ob sich Boote so in Wirklichkeit steuern. Aber ich komme mir irgendwie gar nicht klar so glücklich. Da hinten sind Windräder. Ich weiß gar nicht, wo bin ich denn jetzt? Ich glaube, der Helikopter... Der hat mich verloren. Doch. Eigentlich müsste er mich locker sehen. Aber egal. Guck mal. Der müsste mich locker sehen. Hey, wie zum Teufel konnte der uns abschütteln? Ich weiß nicht. Ich fahre jetzt einfach mal. Wo fahre ich jetzt hin? Keine Ahnung. Die Ampeln kann ich hacken. Aus Spaß. So, eingebaut. Ein Bootstapler bin ich. Ein Bootstapler bin ich. So. Kein Hochstapler, sondern ein Bootstapler. Ich würde gerne aussteigen. Halt. Oh, ich hätte vielleicht stehen bleiben sollen, bevor ich aussteige. Macht er natürlich nicht automatisch. Egal. Egal. Jetzt kann ich hier... Hier ist ja eh Strand. Da komme ich eh hoch. So. Ich weiß bloß nicht, wo es jetzt weitergeht. Ich habe keine Ahnung. Entschuldigung. Jetzt bin ich ernannt. Und jetzt... Ich mache jetzt mal folgendes. Ich werde jetzt einfach mal... Ach so. Schalten Sie den Security-Chef aus. Aber habe ich das nicht schon? Was? Wo soll ich das denn machen? Hä? Den habe ich doch schon ausgeschaltet. Hä? Wozu Hölle? Was? Ähm... Spiel? Schalten Sie den Security-Chef aus. Zeig mir doch mal an, wo es ist. Untersuchung. In Chicago sind Menschen verschwunden. Ja... Hä? Ich soll den jetzt... Ausschalten. Jetzt bin ich entkommen? Hallo? Hä? Ich kapiere es gerade nicht. Wieso soll ich den jetzt ausschalten? Hä? Habe ich das nicht? Ich habe doch jetzt beide ausgeschaltet, die angezeigt wurden, oder nicht? Oder hat er den ersten doch nicht gespeichert? Sah für mich so aus, als hätte er das gemacht. Warte mal. Muss ich jetzt... Ne, das ist jetzt... Das ist die Waffe. Mission neu starten möchte ich nicht. Mission beenden möchte ich auch nicht. Hallo? Ich würde jetzt gerne weitermachen. Aber ich weiß nicht mehr, wo. Dann fahre ich halt wieder zu... Wo war denn das? Fahre ich jetzt wieder zurück da, oder was? Schnellreise während Missionen nicht verfügbar. Das ist sehr schön. Hier war das irgendwo, ne? Ne, wo war denn das nochmal? Hier war das, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ich kapiere es jetzt gerade nicht. Kannst du mir nicht... Da, hier. Das mal anzeigen. Das ist aber so weit. Ich werde es hier nicht ewig überziehen. Ich habe ja jetzt schon... Ach, ich habe ja schon so viel überzogen hier. Ich mache jetzt mal folgendes. Hat er jetzt gespeichert? Ich bin mir unsicher. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn ich jetzt einfach das Spiel beende und beim nächsten Mal weitermache. Denn ich weiß jetzt nicht, wie ich weitermachen soll. Keine Ahnung. Das ist ja ganz seltsam. Der zeigt mir auch auf der Karte nichts an, wo ich hin soll. Ich weiß auch nicht mehr, wo das ist. Ich habe den doch ausgeschaltet. Der andere war doch... Oder nicht? Der eine... Ja, den einen musste ich verfolgen. Das ist schon richtig. Aber den anderen muss ich jetzt ausschalten und es wird mir nicht angezeigt, wo. Und ich weiß nicht mehr, ob das da ist, wo ich jetzt gerade das markiert habe. Keine Ahnung. Aber ich habe den doch ausgeschaltet oder hat er das doch nicht gespeichert? Ich weiß es nicht. Egal. Auf jeden Fall sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zusehen und mal sehen, wo ich dann starte. Keine Ahnung. Ich beende jetzt einfach mal das Spiel und werde mal was zu Abend essen. Vielleicht ein paar Stunden oder so. Na gut. Dann bis zum nächsten Mal. Tschööö.